Wir versuchen jetzt vorsichtig um die Robbe herum zu gehen, damit die anderen Jungs die Netze vorbereiten können und den Messer und die Haken. Das Problem ist, diese Robben sind so scheu, die wissen, dass wenn wir kommen, flüchten sie sofort in den Meer. Wir machen die Foto- und Filmdokumentation, also gehen wir ganz außen rum und versuchen das Tier einmal zu umkreisen. Keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Das erste Tierrettung ist schon erfolgreich. Du verlierst einen großen, wenn du ihn in den Meer verlierst, dann fühlst du ihn in das Wasser. Du hast einen kleinen, kleinen Platz, einen Platz für Land, um zu arbeiten. Komm, wir schauen uns. Das ist ein Strap, ein Backing Strap, das kommt aus einer Baitbox oder eine Packaging Box. Sehr, sehr common entanglement für uns. Wo ist es? Extremely strong, das nicht break, das nicht biotisch.